Über der Scholz Arena ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen PK-Vordermann-Spiel gegen Rot-Weiß-Erfurt. Und wir nehmen das gute Wetter draußen, hoffentlich auch als gutes Omen für die Partie dann am Samstag. Herzlich Willkommen auch unserem Chefcoach Peter Vollmann. Peter 2 zu 2 in Würzburg. Ich glaube, die Mannschaft hat zweimal eine tolle Reaktion gezeigt. Eine Premiere in dieser Saison, denn noch nie ist es gelungen, einen doppelten Rückstand zu kontern. Insofern spricht das auch für die Moral der Truppe, oder? Ja, ich glaube, dass die Truppe ja schon öfter Moral bewiesen hat. Also es ist ja so, dass wir in keinem Spiel jetzt moralisch da so nachgelassen haben, dass die Moral verloren ging. Sondern das ist auch, was die Mannschaft auszeichnet, dass die Moral geschlossen irgendwo auch eine Gegenreaktion zusammen zeigen kann. Und das hat sie ja schon öfter bewiesen, dass sie das kann. Und eigentlich muss sie das jeden Spieltag beweisen, weil man hat ja gesehen, alle Spiele sind sehr schwierig, besonders Siege einzufahren, egal ob zu Hause oder auswärts. Und ich glaube, von der Warte her, was Einstellung und Moral angeht, da sind wir in einer relativ sicheren Position.